Einzelne Wolkenfetzen treiben noch über den Himmel Berlins hinweg. Ich stehe vor der Volksbühne. Divine Comedy wird hier angesagt. Zum Jahresausklang 2021 grüße ich ganz herzlich die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, Kommilitoninnen und Kommilitonen, Lehrerinnen und Lehrer. Am Sprachen- und Dolmetscher-Institut, SDI München. Ihr habt mir Tore geöffnet, habt mir den Weg in einen neuen, spannenden Beruf gebahnt. Und ich bin glücklich damit und grüße euch ganz herzlich aus der Rosa-Luxemburg-Straße. Angesichts des Babylon-Kinos, wo ein indogarmanisches Film-Festival stattfindet. Und ich schaue noch ein letztes Mal auf den Mond, der uns alle überdauert, der uns leitet. Über Sprachen und Sprachbrücken hinweg.